Ich habe heute schon am Ende gesprungen. Ich kann nichts mehr schocken. Glaubt es mir. Moment, wir machen das so. Das passt. Sie, das können auch nicht fehlen. Nenni, wo oben durchschreit. Achso, ich dachte, ich würde dich anspringen, aber gut. Dann machen wir weiter mit der nächsten Künstlerin. Schatz, das Thema wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Nein, ich wollte gerade deswegen... Was? Danke. Das war so was von unten. Jetzt, bitte doch mal Christiana und Sintiaka. Jetzt kommt ein großes, buntes Loch. Es ist bunt. Es ist rot. Es ist animatisch. Wissen Sie eigentlich, was der Unterschied zwischen Erotik und Perversion ist? Nein. Ganz kurz erklärt. Erotisch ist es, wenn man mit einer Hühnerfeder den oder die Geliebten zärtlich streichelt. Pervers ist es, wenn das Hut noch dran ist. Und niemand kann diesen Unterschied besser darstellen auf dieser Bühne als Christiana Sintiaka. Ja. Eins? Entschuldigen. Vielen Dank.